Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age. So, ich wollte jetzt noch kurz ins Lager zurückjumpen. Nehmen wir hier mal die gute Shale, damit wir dann halt auch alle bösen Geister aus dem Wald vertreiben. Ich hoffe ich gehe richtig, ich denke mal schon. Den ersten Wiedergänger, also bezüglich den zweiten, haben wir ja schon. Jetzt fehlt uns halt noch einer im Wald selbst. Den wollen wir natürlich auch nochmal machen. So, Lager der Dalish. Kann man nicht so in den Wegpunkt rein? Ne? Na gut. Gut, aber das was wir jetzt definitiv brauchen, ist halt für Shale mal noch andere Diamanten. Wenn sie jetzt schon wieder gegen Icy Moon sind, dann bringt uns Shale halt gar nichts. Sie steht dann halt nur da und lässt sich hauen. Und das ist halt nicht so toll. Shale, warum nennt ihr mich eigentlich ältere Magierin? Ist doch klar. Weil es lila Farben ist und eine Hyäne. Wollt ihr dann einfach nur bösartig sein? Das habt ihr doch nicht nötig. Ich habe herausgefunden, dass mir enorm wenige Freuden gestattet sind. Und weil mich so viele nur Golem nennen, rede ich sie in gleicher Manier an. Oh, also gut. Aber wie wäre es mit einem anderen Eigenschaftswort? Ich werde ungern über mein Alter definiert. Wie die empfindliche Magierin wünscht. Oh, ich gebe auf. Ja, cool. So, Gruppe sammeln und weiterziehen. Einfach kurz ins Lagerfeuer. Das ist gut. Wie die empfindliche Magierin wünscht. So, wir selbst rüsten uns auch nochmal wieder unseren T-Winterstab aus. Auch des Winters. Mit dem anderen haben wir ja ein bisschen mehr Schaden machen können. So, Brudan, ich weiß, dass ich dir alle... Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ja. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Aber natürlich. So, wir haben ja sicherlich hier... Na, komm. Scrollen wir mal runter, weil die müssten ganz, ganz unten sein. Ah, da sind sie schon. So, wir hätten Natur. Wir hätten Geist. Elektrizität. 5,50, 5,50 und 5,50. Die machen alle denselben Schaden. Gut, dann... Nehmen wir... Nehmen wir... Den auf jeden Fall mit Geist nochmal mit und den mit Naturschaden. Eins von den beiden wird, denke ich mal, richtig sein. Bezüglich auch Schaden machen. Ansonsten haben wir hier noch einen Zauberstab, plus 1 Magie, ja, der kann weg. Ähm... Zwei Teile Demo-Lochrüstung. Plus 1 Klugheit, ne, der kann auch weg. Ähm... Okay. Muss nochmal kurz gucken, ob der Ton richtig stimmt. Ja, jetzt. So. Und dann gab's noch was, was mir eingefallen ist, was wir vergessen hatten, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich glaub, das geht gar nicht, weil wir das Level dafür nicht haben, oder? Ne. Ne, uns fehlen noch zwei Level. Na, vergisst, was ich gesagt hab. Und zwar wollte ich mir selbst den Heiler auch mit beibringen. Damit ich dann halt auch nebenbei ab und zu mal heilen kann. In Not, so eine Gruppenheal ist halt extrem hilfreich. Okay, gut. Dann haben wir jetzt sogar für Shale was mit. So. Und dann gehen wir wieder in den Bekuri-Wald. Und da werden wir wieder angegriffen. Okay. Ähm... Das gefällt mir hier irgendwie nicht. Shale hat alle Kampfmodi an? Nein. Kampfmodi anmachen. So. Kampfmodi anmachen. Aber gern. So. Und du brauchst keine Kampfmodi? Okay. Ah, ein weiterer Reisender in diesem schönen Land. Seid ihr möglicherweise auf der Suche? Meine Bündel sind zwar leicht, doch ich habe ein Buch geheimnisvoller Herkunft gefunden. Das Deus vi Aeternus. Es heißt, es sei die letzte Nachricht des Erbauers selbst an eine sündige Welt. Ihr habt nicht einige Abschriften davon im Turm des Zirkels verkauft? Oh, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ebenso wenig wie diese großen Männer mit Schwertern. Greift an! Okay, das sind nämlich diejenigen, die das verursacht haben. Im Turm. Da oben steht ein Magier. Das ist nicht so toll. So, Shale. Hau den mal. Ja, gib dem mal eine. Ich selbst hau mal gleich einen Geistschlag raus, um was zu betäuben. Äh, Liliana. Geh schon mal auf den Magier. Und du gibst uns mal jetzt eine Massenverjüngung. So. Gleich werden wir kämpfen müssen. Okay. Gut. Meine Kräste sind Eier. Oh, Feuerball von hinten. Shale. Finaler Schlag. Okay. Verkrüppelnder Schuss. Aua! Oh, shit, 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 shit. Gruppenheilung. Ähm. Shale. Finaler Schlag. Und du nimm mal die. Die Kleinen raus. Wow, 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 wow. Da kommt ein guter Blitz durch. Das gefällt mir nicht. Äh. Heal auf dich selbst. Finaler Schlag wird vorbereitet. Und deswegen wäre jetzt halt gut, dass ich halt auch heilen könnte. So. Oh, 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 oh. Ach, die ist festgesperrt, okay. Die ist festgesperrt. Verjüngung könnte ich hier geben. Geben oder Regeneration. Gib mir erstmal eine Regeneration. Okay. Ich werde angegriffen. Muss mal versuchen, den da wegzusehen. Von ihr. Okay, habe ich geschafft. Jetzt hängen sie auf mir drauf. Schale. Schale, die geht sogar so gut. Okay, okay, okay. Wenn jetzt halt der Magier da hinten wieder so einen Blödsinn durchzieht, war ich ein Problem. Obwohl, du kannst gleich wieder... Okay, die ist so weit safe. Nein. Okay, der Magier da hinten nervt. Ich gebe dem mal an Nakan ein Geschoss. Schale, mit dem wirst du fertig, komm. Du bist besser. Oh, verfehlt. Hau mal noch einen finalen Schlag raus. Okay, das ist noch auf Reserve. Ach komm, dann machen wir das jetzt drauf. Wie lange bist du noch eingesperrt? Und nur noch mal... Wo soll ich zuschlagen? Okay. Shale hat's geschafft. Wayne. Vorher greif weiter normal an. Verkrüppelnder Schuss. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ah, Heal auf... Oh. Genial, ha? Okay. Was war's denn? Gerade noch gut gegangen. Aber werden schon besser. Okay, hat sogar ein Gold bei gehabt. Dann gibt's hier nur den Weg zurück. Hm. Selbstverständlich. Können auch nach vorne gehen. Das macht jetzt keinen Unterschied. So. Dann wollen wir jetzt erst mal weiter gehen hier. Ab zum nächsten Wiedergänger. Ich hoffe, ich finde den mit anheben. Oder auch nicht. Aber ich denke mal schon. Hab manchmal zwar ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber... ...den dürfte ich jetzt finden. Das müsste der jetzt nämlich hier den Weg sein. Wird erledigt. Das ist eine Todeswurzel. Und nehmen wir mal mit. Selbstverständlich. So, und dann gehen wir hier durch. So. Einmal die Halas hier. Und dann müsste das der Wiedergänger sein, der hier vorne... ...ist, wo auch die Urga waren. Also müsste das jetzt hier immer weiter... ...in die Richtung runter sein. Da ist noch eine alte Urga-Leiche oder Bären-Leiche. Na, das war die Bären-Leiche. Und da ist der Grabstein. Jawohl. Hier, wo wir tausende Male... ...bescheitert sind. Ich speichere mal lieber. Aber ich weiß nämlich jetzt nicht, was passiert. Okay. Hä? Hallo? Ihr seid hier nicht willkommen. Ich bin im Namen der Gemeinschaft der Magier hier. Erledigt ihr die schmutzige Arbeit der Templer für sie? Templer oder Magier sind für uns bedeutungslos. Hier ist dunkle Macht am Werke und ihr werdet uns nicht im Weg stehen. Geht ja super los. Geht ja super los. Okay. Du kümmerst dich um den. Und du gibst ihn mal bitte einen verkrüppelten Schuss. Der Atem des Erbaus. Schädel haben sie jetzt auch eingefroren Okay, wiederbeleben? Hä? Warum hat mich das jetzt nicht wiederbelebt? Ah shit, 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 shit Und Gruppenheilung So Zersplitternder Schuss Und Shale macht finalen Schaden Okay Hat sich zwar alle Ausdauepunkte gekostet, ist aber nicht so schlimm Äh, da war ich instant one hit und das trotz Plattenrüstung Eieieieiei Aber irgendeine Quest hat sich jetzt aktualisiert Okay Äh, okay Ja gut Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt erstmal Noch einmal speichern So Und dann würden wir uns jetzt mal um den Grabstein kümmern Aber das machen wir denke ich mal erst in der nächsten Folge Also mal jetzt hier mal ein Ende Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Also, bis dann Also, bis dann Also, bis dann Und dann